Hallo ihr Lieben, heute gibt es Kokosmakronen. Wie ihr die hinbekommt und dass sie auch so schönen Stand haben, das zeige ich dir jetzt. Natürlich glutenfrei, weil es ist kein Mehl drin. Also viel Spaß beim Video, deine Silke von Anders Backen. Unsere Zutaten für die Kokosmakronen sind natürlich fein gesiebtes Pudezucker, Salz, also nur eine Prise, dann brauchen wir Eiweiß, dass wir schön steif schlagen und natürlich Kokosraspeln. Da habe ich hier noch ein bisschen Obladen liegen. Wer möchte, können nachher mit Obladen arbeiten, aber das müsst ihr nicht unbedingt, ihr könnt es auch so aufs Backblech setzen. Wir starten jetzt damit, dass wir das Eiweiß mit dem Salz zusammen steif schlagen und anschließend das Puderzucker und zum Schluss die Kokosraspeln dazugeben. Wer mag, kann es gerne wie ich noch ein, zwei Tropfen Bittermandelöl mit dazugeben. Das gibt dem Plätzchen noch ein bisschen einen besonderen Geschmack. Kann es aber auch gerne sein lassen oder aber auch ein bisschen Zitronenschale ist auch etwas, was man gerne bei Kokos macht. Also ich mache es nur ein, zwei Tropfen rein. Noch mal kurz umrühren. Jetzt machen wir den Schneebesen raus, in dem hängt noch ein bisschen was an Kokosmasse. Wir rühren es noch mal kurz um. Fertig ist unsere Kokosmasse und die werden wir nun schön auf dem Plätzchen verteilen. Dazu habe ich ein Backblech mit Backpapier ausgelegt und lege nun meinen Obladen drauf. Wie gesagt, wenn ihr keine Obladen drunter haben möchtet, könnt ihr es auch gerne lassen und könnt direkt aufs Backblech machen. Auf Backpapier der Backofen ist auf 150 Grad vorgeheizt. Dazu nehme ich meinen Löffel, nehme mir ein Stück Masse raus, gebe die auf den Löffel drauf, so viel wie ich mir vorstelle, dass auf eine Oblade passt und setze sie einfach hier drauf. Und das lege ich jetzt alles aufs Backblech. Das Ganze verschwindet jetzt im Backofen bei 150 Grad vorgeheizt, auf Ober- und Unterhitze. Und das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017